Ja mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute finden wir das automatische Forschungsterminal für die tägliche Quest, die eigentlich keine Sau machen muss. Achso, ich es aber trotzdem mache. Der ist Level 1. Wieso suche ich wildes Klingenkorn? Für irgendwas habe ich das gesucht. Ach stimmt. Für, für, für die Futterdingenskirchens, für die Bramine. So, da gehen wir noch nicht hin. Es gibt noch viele Orte, die wir nicht entdeckt haben, die werden wir zum Schluss noch alle abklappern. Einfach nur Spaß ist halt, wenn wir mal ein bisschen durch die Gegend laufen, Leute jagen. Das Übliche, was man halt so machen kann. Damit wir auch einfach ein bisschen was zu tun haben, weil ich, ich mag dieses Spiel echt. Und ich möchte halt, oh, Eventgebiet. Ich möchte jetzt nicht warten, bis irgendwie neuer Content kommt, ich möchte mittendrin sein, wenn neues Content kommt. Die Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Deutsche sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehöltern in der Technik Einkunft herstellen kann. Oh, die Maschine macht einen Höllen-Närm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetete Gäste bekommen. Da wollte die Katze irgendwas von mir. Mir ist wahrscheinlich das Frauchen draußen und chillt und er hat keinen Bock drauf. So, ich werde das Event aber nicht machen, ich bin nur kurz hergekommen, um die Erfahrung abzugreifen. Und dann gehen wir hier wieder raus, weil das ist, dieses Event dauert mir zu lange. Ich habe das schon sehr oft gemacht. Das ist mir zu blöd. Deswegen werden wir sie ausmachen. So, hier sind alle Gegner um die 9 bis 10. Ich weiß nicht, warum Bethesda entschieden hat, hier noch ne Questreihe zu machen. Vielleicht bin ich auch einfach viel zu spät hier. Nein, kann auch nicht sein. Bei der Stilienbruderschaft waren sie alle Level 40. Ich habe keine Ahnung. Wobei, das ist ne tägliche Quest, also die soll ja leicht sein. Ja, leg dich mal hinten an. Easy. Kriege ich ihr Volt-Sachen vielleicht von euch? Oh, Klebeband nehme ich auch gerne. Es ist endlich mal so, als würden wir eine Vault erkunden. Nur, dass sie halt oberflächlich ist. Ist nicht das selbe Feeling? Was? Warum nicht? Aus Simulation... Waren wir hier nicht schon mal? Was? Was? Es kommt mir irgendwie so bekannt vor. Die Tür ist offen. Los. Es kommt mir so bekannt vor, als wären wir hier schon mal gewesen. Weil ich kann. Der war sowieso fast tot, also von daher. Äh, bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich überhaupt den? Ist es über mir? Ist es unter mir? Wir waren hier schon mal. Irgendwas war hier. Ich weiß nicht, ob das ne Quest war oder so. Aber ich erinnere mich hier total an die Ghoul und alles. Doch, klar waren wir hier. Nur damals sind wir hier reingekommen. Von der Seite aus. Halte ich doch lieber fern von mir. Dude. Das ist gut. Okay. Ähm. Wo ist... Was war das hier eigentlich gerade? Achso. Meine Waffe. Ähm. Bist du eine Waffenwerkbank? Ne. Kann ich hier auch vielleicht meine Waffen reparieren oder kann ich hier nur Rüstung reparieren? Leider nicht. Weil mein Hammer kaputt ist. Den muss ich eigentlich wieder heilen. So. Code. I hope for future. Execute Automated Test. Energie nicht ausreichend für automatische Zentrifuge. Lösung. Reichen Sie ein ausgefülltes Formular für Notfallenergiezuweisung. Auf einem Dekan für Vault-Ressourcen ein. Lassen Sie sich sponsern, um an der vierteljährlichen Sitzung des Rates für Ressourcenzuweisung teilzunehmen. In Notfallsituationen können sich Studenten auch direkt an die Energieanlage wenden. Ich hasse dieses Hin- und Hergelaufe. Ich weiche dem immer extra aus, damit ich den Scheiß nicht machen muss. Und jetzt muss ich den machen. Ich muss sagen, damals, als ich das erste Mal Fallout 3 gespielt hatte, ich hatte so viel Spaß an diesem Hacking. Aber das ist einfach so, äh, wie die Ubisoft-Formel. Stell dir vor, ihr spielt verschiedene Spiele und in jedem Spiel müsst ihr einen verdammten Turm erklettern, da irgendwas aktivieren, damit ihr die Karte quasi freischaltet. So fühlt sich das hier an. Weil es einfach immer dasselbe ist. Okay, wieder hoch. Ich meine, das Schlossknacken, das finde ich okay, weil es ist simpel. Äh, es dauert nicht lange, aber das Hacking, das dauert halt alles immer so lange. Äh, und das, das, das ist im Endeffekt das Problem beim Hacking, es dauert lange. Und wenn du keinen Bock mehr drauf hast, auf dieses Hacking, dann kannst du es nicht einfach umgehen, du brauchst das. Befehle? Brandbestie gefunden. Oh nein, ich soll jetzt keine Brandbestie töten, oder? Bitte DNS-Probe in die Zentrifuge geben, damit der automatische Test fortgeführt werden kann. Oh, das ist jetzt ein wenig Kacke, ne? War da gerade irgendwas? Ne. Wieso darf ich diesen Ausgang nicht benutzen? Wieso muss ich einen anderen Ausgang benutzen? Und wo ist der besagte Ausgang? Ich, ich richte mich einfach direkt... Oh, was ziehe ich denn? Auch ein Exit. Hier sind so viele Ausgänge, wieso wird mir ein anderer gezeigt? Ich richte mich einfach nach dem Ausgang, der mir gezeigt wird. So. Habe ich jetzt selbst entschieden. Bist du eine Waffenwerkbank? Ja. Äh, zum Modden wechseln. So, ich möchte gerne MC Zero reparieren. Untersuchen, reparieren und Werkzeugreparatur. So, irgendwas, was reparaturbedürftig ist. All diese Spiele sind so scheißverpackt. Guckt's euch an. Ich kann nichts, ich kann, ich kann die Werte nicht mehr sehen, sobald ich repariert habe. Naja, der Hammer funktioniert, mehr brauche ich nicht. Ich könnte einfach jeden Ausgang nehmen, oder? Das heißt, es gibt eine tägliche Quest, wo du eine verdammte Brandbestie töten musst. Ist das dein Ernst? Das ist doch keine gechillte Quest. Ich gehe jetzt hier einfach hier raus, ist mir scheißegal. Wird schon stimmen. Es sei denn, es gibt noch eine andere Tür, die mich in ein Labor führt. Wo eine Brandbestie liegt. Das wäre natürlich eine andere Geschichte. Aber gucken wir mal. Wir werden ja wahrscheinlich sowieso gleich wieder irgendwo hingewiesen. Aber ich denke mal, wir müssen eine Brandbestie töten. Und das könnte ein bisschen problematisch werden. Aber ist doch Schwachsinn. Wir versuchen ja gerade, die Brandbestien aufzuhalten. Da wäre es doch unlogisch, wenn wir eine Brandbestie töten müssten dafür, oder? Wäre das nicht irgendwo ein bisschen unsinnig? Weil wenn ich eine Brandbestie töten könnte, dann würde ich es ja auch tun. Dann brauche ich ja den ganzen Schnickstack nicht. Hm. Wo müssen wir hin? Wir müssen da irgendwo Richtung Süden, ne? Ich hasse das. Du siehst es nicht. Du siehst Richtung Süden. Und hier ist einfach nix. Nee. Kann ich jetzt zu Fuß laufen, oder was? Und dann auf gut Glück? Ich meine, dann treffen wir wenigstens die Nummer 1. Wir schaffen geacknete Brandbestien-DNS. Lassen wir uns einfach überraschen, wo uns das jetzt hinführt. Das ergibt keinen Sinn, Leute. Ich gucke Richtung verdammten Süden. Da gucke ich hin. Soll ich das bei Fallout immer gemacht? Wieso ist es dann hier? Egal, reisen wir hin. Es gefällt mir nicht, dass ich anscheinend eine Brandbeste töten muss. Aber gut. Wir geben unser Bestes. Ich habe ja das Werkzeug dafür. Ich habe danach wahrscheinlich keine Munition mehr für mein Werkzeug. Aber mal gucken, vielleicht funktioniert es auch einfach. Ich bräuchte einfach eine Waffe, die eine Milliarde Damage macht. Dann wäre alles gut. Oder gehe ich jetzt zu den Geschützen? Auch wenn ich jetzt zu den Geschützen gehe. Dann habe ich kein Problem damit. Insofern ich das nicht selber per Hand machen muss. Ja, die Geschützstellung. Nice. Das wollte ich doch sehen. Hey. Ach ja, stimmt. Ihr seid jetzt ein bisschen robuster. Weißt du? Wieso heißt der eine Anführer, wenn du der Anführer bist? Es gibt Dinge, die ergeben einfach keinen Sinn. Ich sehe dich. Du kannst dich nicht verstecken. Jetzt lauf doch nicht weg. Ich will doch nur reden. Mit dem Hammer der Gerechtigkeit. Nice. So, ist hier noch irgendjemand? Oh Gott, nein. Ja, eventuell kann ich die Brandpest hierher locken. Alles gut, alles gut. Noch habe ich keinen Fehler gemacht. Die ist 65! Hallo. Was hast du für Sachen für mich? T45. Hör auf, meine Sachen kaputt zu machen. Scheiße, ich muss den Typen hier loswerden. Wo kommt ihr jetzt alle her? Ich habe euch doch extra beseitigt. Mann, macht doch keinen Stress. Wo kommt die denn her? Och, Mann. Ist das nicht schon stressig genug mit der Brandpest hier? Scheiße. Oh, die sind immer noch hier. Wer zieht euch? Da lebt immer noch einer. Das kann doch nicht mehr ernst sein. Okay, ich will nicht von Effizienz hören, okay? Die ganze Munition, die ich hergestellt habe, in den Folgen, wird jetzt verschwinden. Plus noch mehr. Komm her, Junge! Was ist das große Ding, was gerade in den Folgen geflogen ist? Ist das ein... Ah. Meine Power ist dann gewesen. Ja, so rockt das. Oh Gott. So, mach' ich Schaden. Okay. Okay. Aber meine Fresse braucht man dafür Munition. Ja. Sämtliche Munition verschossen. Ich hätte ihn nicht töten müssen. Er hätte nur sein Nest plündern müssen. Es ist das, was mir das Spiel gerade sagen möchte. Nein. Nein. Das würdet ihr nicht tun, oder? Rissstandort. Aber jetzt nicht umsonst gegen das Ding getötet, oder? Gedings hat... Gedings hat... Gedings hat... Gedings hat... Gedings hat... Gedings hat gekämpft. Nein, 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 nein. Wieso liegen hier so viele epische Tiere? Ich will ja nicht runterspringen, wenn ich da runterspringen kann ich bestimmt nicht wieder hoch ne? Hier muss irgendwo das Material sein Geil Wieso kann ich dann nur das bohren? Wieso kann ich nicht beim Bahnhof spawnen? Ich mein, klar, ich komm wieder frisch aus der Vault und oh, guck mal, ich finde plötzlich Sachen von irgendjemandem, der Zero One-Up hieß. Ich heiße jetzt auch ab sofort Zero One-Up. Diese tägliche Quest ist scheiße. Krieg wahrscheinlich jetzt mein Zeug nicht mehr wieder. Ich muss noch 56 Kronkorken bezahlen. Ich glaub mein Zeug liegt da unten. Kann ich wohl vergessen. Irgendwo hier. Gut, darunter fallen ist übrigens der Tod. Ich wollt's euch nur sagen und hier ist bestimmt die... Fremdbesten... Hä? Da war doch irgendwas drin. Ich dachte, das wär unsere Quest. Aber ich dachte, ich muss so ein Stück Scheiße finden. Ja, gut, ich bin jetzt offiziell verwirrt. 引ogigswitzen. Trok. Tchim, Tchim! Sriesg, Tchim. Musik 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 Schießt auf mich? Ich dachte, wir sind Bros. Oh, jetzt nicht mehr. Ja, ja, gut. Ja, Freunde. Halt, nein. Ich wollte ja noch nach oben reisen. Lass mich in Ruhe kommen. Wir rennen jetzt weg. Ist mir alles zu blöd hier. Dann reisen wir nach oben, holen die Munition. Und dann warte ich auf Kommentare von euch. Hey, guck mal. Du brennt bis hier. Da könnte ich doch einfach jetzt ein Stück absch... Das ist der Schmerz von meiner Dummheit. Wir wissen alle, Dummheit tut weh. Mein Charakter hat es euch gerade bewiesen. Dummheit tut wirklich weh. Sehr. Aber ich muss die Quest jetzt hier beenden. Ich muss die Quest hier beenden. Wir haben jetzt 150 Kronkorken. Mehr. 180. Locker 100. 180 Kronkorken haben wir jetzt für diese Quest hier ausgegeben. Ja, ich brauche gleich eine Pause. Warum bin ich so blöd? Oh. So, da wären wir. Bitteschön. Wollte schon sagen. Danke, Spiel, dass du mal funktioniert hast. Ich laufe hier gleich ab. Okay, und jetzt? Ein Dönermesser. Ich bekomme ein Dönermesser. Und ich habe einen Fusionskern bekommen. Mehrere vielleicht sogar. Vier. Ein Fusionskern. Hä? Wieso habe ich denn so viele? Egal. Gucken wir mal unsere schönen Dönermesser an. Oh, wow. Stufe 35. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.